Hallo zusammen, in diesem Video geht es um den Rücktritt, sofortigen Rücktritt des Bundesvorstands des Federaufbruchs für Kinder, der Herr Markus Witt. Ich habe gerade den Artikel fertig gemacht, in dem ich es veröffentlicht habe. Wir haben unseren Quellen beim Federaufbruch für Kinder von dieser Stelle. Vielen Dank an die Quellen. Und der, der zurückgetreten ist, ist nicht die Quelle, so viel kann ich dir raten. Also wir haben immer noch Quellen, die uns beliefern. Und ja, auf jeden Fall, der Herr Markus Witt hat sich heute, heute ist der 5. April 2023, 9.57 Uhr per E-Mail beim Bundesvorstand verabschiedet. Und mit sofortiger Wirkung. Und wir haben schon am 21. Januar über unsere Quellen erfahren, dass er gesagt hat, er würde nur noch bis Herbst bleiben. Aber es war wohl dann doch so schlimm, dass er es nicht mehr ausgehalten hat und gegangen ist. Die E-Mail, die wir bekommen haben, die hat so richtig in sich, weil er da heftige Kritik übt. Einmal an dem Bundesvorstand, dem wirft der Markus Witt vor, Mobbing zu betreiben. Ich glaube, die Formulierung, die der Markus Witt wählt, ist, dass er sich wie Mobbing anfühle. Und also ich kenne ja den Klarnamen aus der E-Mail. Ja, also ich finde, ja, was dieser Bundesvorstand macht, ist, von dem her, was ich so sehe oder gesehen habe, was der in Facebook-Gruppen zum Beispiel schreibt, ja, das ist Mobbing. Das ist meine feste Überzeugung, dass dieser Bundesvorstand Mobbing betreibt. Und es wundert mich nicht, wenn der Herr Markus Witt sich so fühlt. Und dann ein zweiter großer Kritikpunkt ist der Bundesgeschäftsführer. Hm, also was da der Markus Witt an Missständen in seiner E-Mail anprangert, kenne mich nicht so aus mit Vereinsrecht, aber das könnte für den Federer, für Kinder ein Problem darstellen. Wobei es, ja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Es geht da um internen Zahlungsverkehr, ja, dass da Kreisverbände irgendwie Geld bekommen und so. Dass der neue Vorstand, der 2021 gewählt wurde, bis, wenn ich es richtig nenne, bis dato noch nicht irgendwie eingetragen wurde. Ich weiß nicht, ja, ob das noch ein rechtliches Nachspiel hat, ob das dazu führen kann, dass der Federaufbruch seine Gemeinnützigkeit verliert, dass der Verein vielleicht insgesamt seine Tore schließen muss, ja, keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr von euch jemand da aus. Ihr seht ja den Artikel auf freifam.de. Könnt ihr ja mal kommentieren hier auf YouTube oder dann an dem Artikel. Würde mich interessieren. Ich habe den Herrn Markus Witt per E-Mail gebeten oder halt habe angefragt, ob er bereit wäre, ein Interview mit mir zu machen, Videointerview, mal schauen. Vielleicht macht er es ja. Fände ich gut, kann er sich der Öffentlichkeit erklären. Klar gibt es dann auch ein paar kritische Fragen von mir. Ich will das Ganze mal kommentieren. Also, es gibt auch so eine Passage, wo der Herr Witt sagt, dass ihm auch die persönlichen Angriffe zu viel wären und dass sie auch zu stark gewesen wären und dass da die Angreifer agiert hätten wie deren Ex-Partner oder Ex-Partnerin. Das ist ja was, was ich vor allem auf Twitter immer wieder geschrieben habe, dass Leute im Federaufbruch für Kinder oder Leute, die da nicht drin sind, aber im Federaufbruch für Kinder verteidigen, genau die gleichen Methoden gegen die Kritiker anwenden, wie es Entfremder machen. Entfremder sind Eltern, die haltlose Vorwürfe in den Raum stellen, die persönliche Angriffe starten, Unterstellungen, die nicht sachlich argumentieren, sondern nur über persönliche Angriffe. Und der feierte Aufbruch für Kinder setzt sich ja dafür ein, dass sowas eben nicht passiert in Familie oder wirkungslos ist, indem man sich für das Wechselmodell einsetzt. Aber der VfK selber, jetzt wissen wir es ja über die E-Mail vom Herrn Witt an den Bundesvorstand, macht das intern selber und wie ich erlebt habe, auch extern. Und das habe nicht nur ich erlebt, sondern auch andere Leute. Und für mich ist der Rücktritt vom Herrn Witt einfach nur ein weiterer, Mosaikstein ist es ja nicht, sondern ein weiterer Schritt im Niedergang des Federaufbruchs für Kinder. Ja, Mosaikstein ist es deshalb nicht, weil man fügt ja Mosaiksteine hinzu, um etwas aufzubauen, aber da ist es eher so wie eine Abbrucharbeit, ja? Der Federaufbruch wird abgebrochen, ja? Genau, also ich sage mal, mit seiner E-Mail hat der Markus Witt im Grunde einen Abbruchbagger mehr an die Baustelle gefahren. Frage ist, ob er den selber betätigt hat oder nicht, oder andere den Schlüssel stecken lässt, damit andere den Abbruch des Federaufbruchs machen. Jetzt mal bildlich gesprochen. Also der Federaufbruch hat sowieso nie in seiner über 30-jährigen Geschichte nie irgendwas für Kinderrechte oder Elternrechte erreicht in Deutschland. Also ich habe da auch mal einen Artikel geschrieben, könnt ihr auf freifahren.de suchen. Alles, was er so sich selbst zugeschrieben hat, da war er nicht aktiv dabei. Zum Beispiel auch dieser Wechselmodellbeschluss von 2017 von Klaus Fiegel, der ja quasi mit mir zusammen Freifahren aufgezogen hat, der Federaufbruch für Kinder noch nicht mal gewusst, dass es da was am BGH gibt. Noch nichts vom Beschluss gewusst, bis der dann veröffentlicht wurde. Also das zeigt, dass der Federaufbruch für Kinder, für die Leute, die wirklich was bewegen wollen, keine Relevanz hat. Für die Leute, die smart sind, einen neuen Weg suchen, gegen dieses Unrechtssystem vorzugehen, für die ist der Federaufbruch für Kinder völlig uninteressant. Und das ist Zufall, dass wir am 10. April, also in fünf Tagen, über ein Live-Video, wir von Freifahren die konsentuierende Sitzung zur Freifahren-Charta machen. Und der Markus Witt, heute, ja, fünf Tage vorher, sich verabschiedet beim Federaufbruch für Kinder. Also, das ist vielleicht eine Ironie der Geschichte, oder, ja, es ist kein Zufall. Also, jeder, der vom Federaufbruch für Kinder, auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll hat, jeder, der noch nie gedacht hat, dass der Federaufbruch für Kinder irgendwas bewirkt. Und der Leute sucht, die wirklich was bewirken, Leute, die sich journalistisch, rechtlich, ja, dann als Anwälte, dann Fallbetreuung, oder auch Psychologen, Gutachter, ja, die sich in Freifahren beteiligen wollen, natürlich auch Betroffene, die Erfahrung haben, ja. Jeder, der irgendwas bewirken will, dass dieses Unrecht in Deutschland, was gegen Trennungsfamilien verübt wird, ja, aber auch diese zum Teil willkürlichen Vorgehensweisen bei Inobhutnahmen von Kindern, wo Kinder ins Heim kommen, wo zur Pflegefamilie, jeder, der da was bewirken will, kommt zu Freifahren. Wir sind ein dezentrales Netzwerk, wir sind kein Verein, man kann uns nicht unterwandern, es kann nicht so passieren, wie beim Väterabend für Kinder, dass da ein Bundesgeschäftsführer sitzt, der laut E-Mail des Herrn Witt eigentlich der König des Vereins ist und, ich sage es mal so salopp, sich auf die faule Haut legt und da fast nichts macht oder nur die Sachen macht, die er selber für gut findet. So was kann bei Freifahren nicht passieren, weil wir mit der Freifahrenkarte, also ich würde sagen, eine absolute Transparenz versuchen anzustreben, um sowas zu verhindern. Und da gibt es nicht eine Person bei Freifahren, die die Geschicke der Organisation entscheidet. Es ist ein dezentrales Netzwerk. Da gilt einfach, welche Kompetenzen habe ich, was mache ich? Und dann erst damit hast du Einfluss. Du hast nicht Einfluss, weil du der Bundesgeschäftsführer bist von was weiß ich was im Verein. Also seit am 10. April dabei, 19 bis 21 Uhr im Freifahren YouTube-Kanal. Die Freifahrenkarte, den Entwurf gibt es schon auf freifahren.de, auf unserer Website. Da könnt ihr kommentieren, wenn ihr noch Ideen habt. Wir haben schon einige, zum Teil extrem gute Hinweise bekommen, Ideen, Formulierungen, die noch reingehen sollen. Super, ja? Das ist die Zukunft. Ein Verein, da habe ich große Zweifel, dass ein Verein fähig ist, allein schon aufgrund seiner Organisationsstruktur, irgendwas dazu ändern. Weil man sieht es am Fehler auch für Kinder. Anhand dessen, was der Markus Witt geschrieben hat, so ein Verein, wenn der mal 30 Jahre alt ist, das ist ein Öltanker. Wenn du den zum Umdrehen bewegen willst, viel Glück, ja? Der schippert erst mal, selbst wenn du die Maschine ausmachst, dann schippert der erst mal noch Kilometer weit in die Richtung weiter, in der er sich gefunden hat. Okay, also, so viel zum Federaufruf für Kinder, so viel zum Rücktritt von Markus Witt, so viel zu meinen Meinungen über den Federaufruf für Kinder, so viel zu meinem Aufruf, wenn ihr eine Alternative sucht, kommt ins Freifam-Netzwerk, betätigt euch da, das ist die Zukunft, das ist die zukünftige Organisationsform, die nicht unterwandert werden kann, die diejenigen im Staat, denen wir ein Dorn im Auge sind, auch nicht unterdrücken kann. Ja, man kann mich ins Gefängnis stecken, dann gibt es genug andere Leute, die trotzdem weitermachen, ja, damit ist Freifam nicht kaputt zu kriegen, wenn man mich ins Gefängnis steckt. Chancenlos. Okay, danke fürs Zuhören, liebe Freifam-Zuschauer, und bis zum nächsten Mal.